Hallo, hier war ein Küchner mit recht herzlich willkommen auf unserem Kanal und zum kleinen Indie-Horrorspielchen. Heute spielen wir uns auf den Vanguard. Left oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Vorab natürlich noch ganz herzlichen Dank an alle unsere Unterstützer, ohne dass hier gar nicht baffend zu realisieren wäre. Vielen lieben Dank dafür. Pixel Game, I love it. Oh, this is crazy. Inventory, tap, double left click, double left click to use, double right click to drop, press F on items to use, press F1 to toggle this message. F1 to toggle this message. Oh, oh, der läuft aber schnell her. Oh, nee. Oh, dear. What? Inspekt? Was? Player Name, enter. Player Name. Worst die? Worst die? Enter? Prosti, alright. F. Äh, äh, tap... What? Inspect, ja. Ah, aber da kann ich schwenken, ja. Inspect. Ja, double click. Inspect. Ja, wie inspect? Mit was? Mit F, oder? Inspect, leer wahrscheinlich. Leer. Leer. Da ist nichts drin. Hier ist auch nichts. What? Kalt macht, sagt er mir auch nichts. What? What the hell? Äh, der Flaschstall, der steht da, ich weiß. Da steht einer. Da stand doch einer, da hinten. What? Leute, ich hab da gar keinen Plan, was ich da überhaupt machen soll. Oh, what? Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Und da macht er ja nichts, ne? Was? Ich hab da keine Ahnung. Ich hab da keine Ahnung. Null Ahnung, ja. Was, was soll ich da machen, ja? Das sind überall Kisten, ne? Ich kann da drauf... Oh, diese Optik, ja. Das ist ja nicht normal, oder? Das ist ja... Das ist ja... Da komm ich ja nicht durch, wenn wir drüberspringen, ja. Die überall, sonst kann man da halt nur da inspecten, ne? Ah, da kann man doch durch. Was? Was ist denn diese Geräusche? Kann ich crouchen? Ah, ich kann auch crouchen. What? Ich hab absolut null Ahnung, was ich da machen soll. Ich weiß nur, da steht was. Was? Da steht ne Star Tour. Ich geh mal da durch. Ey, ey, das ist crazy hier. Das ist crazy. Das ist disturbing. Was, was, was? Das ist verrückt. Was derλ? Was derl? 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 Ah, jetzt haben wir das alles genommen. Jetzt habe ich das zumindest mal, ne? Sonst war ja jetzt nichts da drin, ne? Wir haben Magazine. Ich habe ja alles voll mit Magazinen hier. Aber eine Waffe habe ich nicht mehr. Verdammt, das ist der Menschenfresser. Ich hab. Ich brauch ne Waffe, Leute, ne Waffe. What? Oh. F. Ich bin tot. Really? Really? Und da ist nichts drin. Da ist ja gar nichts drin, ne? Da war nichts drin. Wunderbar. We were wunderbar. Ich renne. Ich hab auch. This is just a great here. Halt die Schalte einfach mal deine Schnauze. Ich muss ja Kisten suchen. Kisten suchen. F. Also die Steuerung, die Mechanik ist schon ein bisschen verwirrend, muss ich ehrlich sagen, ne? Muss ich echt sagen, ne? Wenn da auf Tab, der Tab, wenn er da rauskommt, äh, 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 ist jetzt nicht so meine Welt, ne? Und jetzt irgendwie da durchdüßen, ne? Und jetzt irgendwie da durchdüßen, ne? Da durchdüßen. Und irgendwie schauen, dass wir da durchkommen, ne? Unbeschadet, irgendwie. Komme ich da rein? Ne. Da kann ich halt nur da nicht rein, ne? Press F2. Press F1. Das mal hier wegmachen, ne? Also ist schon ein sehr verwirrendes Spiel, ne? Also das auf jeden Fall, ne? Inspect. Ah, jetzt hab ich ne Spritze genommen, ich Horst. Horst. Toll, die Spritze hätt ich mir, glaub ich, schenken sollen, oder? Da geht's nirgends weiter. Scheiße, Alter. Das ist disturbing. Äh, also diese Grafik. Das ist sowas von verwirrend. Sowas von verwirrend. Ne, hast ja keine Chance. Ohne Waffe. Ja, hau ab, du blödes Missvieh. Ja, Freunde, das war auch One Girl Live, oder so. Ich hab's keine Ahnung, ich kann's nicht ausbrechen. Wir bedanken uns bei euch für's Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr mich einschaltet, wenn ihr auf unserem Rosti-Kanal. Bitte bewertet doch das Video. Schreibt mal in die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur aufs Köpfchen drücken. Press that one to subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Habt Spaß. Passt auf euch auf. Übertreibt es. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Vier sagen Tschö mit den Fingerdinger-Rotz. Das ist euer Rosti, thank you and goodbye. Good night. Ich brauche dir. Ciao, ciao.